Mehr wurde eigentlich mit dir gespülen, bin nur ich zu Atmen gesorgt, und ich kann mit Namen den besten Tränen. Das klingt logisch, ja. Oli, du kannst uns sicher auch ein Nissen-Nest entfernen, oder? Wo willst du denn, wo sind sie? In der Gartenhippe. Kannst du nicht vorbeischauen. Nein, das ist so schade, weil ich das sonst aggressiv mache, wenn es so wird. Ja, nein, aber die Zeit halt irgendwann einmal. Atmen, das ist so lustig. Oli, ich bricht die Schuhe ab. Das ist noch 10 cm im Durchmesser, so klein. Aber die stehen irgendwie unter Naturschutz oder sowas. Ja, ja, du darfst es eigentlich nicht umbringen. Ja, ich war ja da schon mit der Schaufel zugegangen und dem Wasserschlauch. Oh, das war das an der Naturschutz. Nein, mit dem Wasserschlauch bringst du es auch nicht um. Bremsenreiniger und auszinken. Das hilft. Ja. Wir probieren es umzusiedeln, und die, die es nicht umsiedeln wollen, die müssen halt einmal nicht umsiedeln wollen. Ja, es sind eh, insgesamt sind nur 3 Hornissen drinnen, und halt so, weiss nicht, 12 solche Larvenkammern halt so. 12, 13, sowas. Ich sehe es vor allem, wie der Oli beim Gartbild vom Leo ist, mit so einem Inkerhut, so wie heute, und nachdem er es runterkommt und sich ein Bier aufbaut, schau mich nicht zu, wie er aufbaut. Du, 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 du bist weg. Der Oli ist in der G...